happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute gewusst haben und herzlich willkommen bei red dog gamble ich spiele heute free fire max heute ist freitag und ja wir schwimmen die erste runde bett royal geht los heute weiß ich nicht ob ich heute streamen werde ich weiß es wirklich nicht keine ahnung ob ich das schaffe und dann war ich noch so ein überlegen ob ich fürs wochen immer world of tanks aufnehmen aber es wird dann halt nicht an dem tag sein das sprich ich werde so ab und zu spielen und dann wir da was raus von world of tank samstagssonntag vielleicht drei runden eine runde dauert ungefähr sieben minuten deswegen habe ich überlegt weil ich glaube ich auch machen aber es wird dann nicht an den tag sein es ist halt dann meine aufnahme so wo gehen wir zuerst hin ich würde sagen wir gehen dahin wo nicht so viele leute sind hoffe ich ja auch hier sind so dann spiele ich wieder meinen modi meine eigene regel ich darf die waffen nicht wechseln ich darf nur den haufen nehmen wo ich ein teil rausnehmen soll was der computer mir sagen wird leichen darf ich nicht looten was soll ich das aufwenden machen nee das muss ich machen wegen munition allein sonst komme ich ja gar nicht mehr vorwärts wenn ich keine leiche looten darf ok auch hier war schon mal eine mini gun wow ich war sowieso gerade drüber da drinnen da muss ich rein oh ok eine granate da hinten da hinten laufen wir mal hin und ich probiere natürlich mit jeder waffe die ich habe ein kill zu machen ok der hat noch nichts gehabt doch schon klar oh der hat nur einen von dem viktor viktor wie heißt die auch hier war ich jetzt alle waffen voll meine snipe meine snipe was hat dann? mit 10 kill war das ich muss nach oben was hat denn gepiept? hä? was soll ich denn ruten hier? ach da hinten so dann gehen wir da hinten mal hoch also und und die Türmchen darf ich einsammeln natürlich und wenn Pilze auf dem Boot sind auch aber ich brauche keine Pilze jetzt nach da unten zack 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 was für eine und her gelaufen hier oh jetzt sind sag mir wo ich hin soll hier hm hm spieler spieler was soll ich denn looten nichts looten nichts looten gar nichts looten kann das kann doch nicht fahr so 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 dann habe ich mit jeder Waffe so was soll das denn so 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 oder hat einfach so gut geschossen so so Nein, das ist kein Hacker. Er wird einfach nur gut getroffen. Schauen wir uns den Rest von der Sache hier an. Nicht schlecht, herzlichen Glückwunsch. Nabil. Nabil ist Nabil. So, wir schauen mal auf die Liste an. War bei mir ja nicht ganz so gut. Trotzdem Plus gemacht, Gott sei Dank. 4 Kills, 8 Minuten und 14 Sekunden überlebt. Es geht weiter mit CS-Mode. Bis gleich. Okay, wir starten mit der CS-Mode Runde. Ich nehme erstmal nur Rüstung. Hier gibt's Ressourcen. Ich muss bei einem bleiben. Bis nach vorne. Und dann kann es mit der SLD-Mode. Ich muss ein bestimmtes Team machen. Ich musste eine Hacker. Ich werde da da sein. Ich bin jetzt gleich noch mal zu machen. Ich bin jetzt dabei ... Vielen Dank. Das war's für mich. Ich äh ... Ich bin jetzt ... 1st Blut Wajer Knoll gut und das war nummer 1. ich bin gestorben deswegen Keine eine Waffe für mich es mir erst bei 6 es mir gegner gesichtet so ab jetzt wird richtig gespielt hoffe ich oder auch nicht immer noch kein geld mensch das ist ja noch die zweite runde deswegen ich bin gespannt ob hier einer langkommt ja 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 gut aber jetzt ja jetzt haben wir schon ein bisschen mehr was kann ich kauf ich habe hier eine akk normal spiele ich nicht so mit der akk aber was besseres gegner gesichtet gegner gesichtet gegner gesichtet von der seite von der seite die sind gut wahrscheinlich ist sowieso die letzte runde da hat er mich erwischt keine chance gehabt ich habe aber einen kill gehabt der war besser als ich aus meinem team und fast alle platz nummer 5 gut dann würde ich mal sagen das war es auch schon wieder für heute ich sei gedankeschön für zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr nicht darüber seid bis dann mit euch viel spaß und auf Wiedersehen ciao ciao